Servus Leute, hier ist wieder mal der Zerber Soldier, oder auch Cyberated, mein Kanal Name. Und heute spielen wir mal die Warly, oder ich weiß nicht, wie wir aus, Medieval Warfire. Ähm, ist jetzt ein neuer Antis raus, ich zeig's euch schon schnell. Für den Bogenschütz gibt's jetzt das Deich ab, das ist ein Schleuder, wie David Konyak, glaube ich. Dann gibt es für den Waffenknecht, gibt's jetzt einen Stock. Schon lange. Für den Lenzen gibt's jetzt das Maul, Hämmer, hab ich noch gar nicht ausprobiert. Und für den Nelter gibt's natürlich die Fliegel oder den Heavyfail. Oder, hab ich jetzt gelesen, egal. Ich spiel natürlich mit dem Waffenknecht. Stock. Und ich hab's schon ein bisschen vorgespielt, hab's auch erst jetzt gemerkt. Ja, dann schauen wir uns das ganze mag. Also ich wär jetzt wahrscheinlich voll am Kack. Wieder mal. Aber da vorne spielt einer raus. Ich hoffe mal, ja, hier weg, lieber. Den Wurf jetzt jetzt. So. Ich hoffe jetzt, dass ich... Ah, fuck. Wow, hat das auch. Komm, zu drittes ist es schon. Ach, geht's schon. Ach, komm, nee, geh weg. Ge weg von mir. Ach, das war so gut. Ja, jetzt sind wir gestorben. Ich glaube, wir können die Waffen ein bisschen aus. Also das war nur der Stock. Dann probieren wir mal. Und drüber mit dem Nenzen auch. Da geht wohl. Mal zum Test. Was kann das jetzt mehr? Ja, ich hab ja noch mal die Schlag und der Huf, glaub ich. Da geht auch noch. So dreht vielleicht etwas. Ja, geht auch noch. Ich glaube, die Waffe ist jetzt auf, nein. Ja, das war so klar. Ich brauch, dass du spawnen oder was? Ey. Ich glaube, der kann jetzt unblocken, wie der. Ich werde jetzt auch nur 10 Minuten aufnehmen. Und das ist, boah, ich glaube, das ist heute noch möglich. Ich kann sagen, das war schon vom Last gescheit. So, jetzt. Komm her. Komm her. Komm her. Nee, Gerd, guck, verpiss dich, verpiss dich, nee. Verpiss dich, nee. Ach komm, nee, zu dritt. Es warten alle an den Rädern, nee. Nee, die Scheiße. Nee, dann wechseln wir nicht jetzt auch. Dann nehmen wir, ich mag den Räder jetzt anspielen. Das könnt ihr euch selbst anschauen. Nee, ich bleib im Stock. Ich will den Räder wenigstens so weitermachen. Ich warte. Ich warte. Ganz gut. Ich warte. 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 Die wird Zeit, zufüge Schau, schau nicht... tschuldigung oh ja ich hab doch geblockt was soll denn das hier hier ich lasse Ja, jetzt macht er halt den E-Von mit dem Schild. So, schlafen. Ich lege den Schild. Okay. Ich schreibe das aber zu nahe heran. Ich schieße. Wachen wir hier. Ja, komm ja. Halt nicht fertig. Oh, okay. Ja, also wie gesagt. Das war noch nicht so. Ja, wir sagen. Let's break. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und hier dann sehen wir uns nächstes Mal. Let me see us back. Ciao. Bis dann.